Was habt ihr? Emma Luhn hat Doppelnabend für den Hund. Nee, nicht, aber es ist echt ein Trend mit den Doppelnabend. Ich hab grad ein Lobby im Training, Philipp Pascal. Da hat er schon drei Älteren geschreddert, bis sie den gerufen hat. Philipp Pascal, du sollst doch nicht den Posten, ja egal. Aber, nochmal zurück zu Emma. Also ich hab mich immer amüsiert über den Namen. Und jetzt ist letztes Jahr was wirklich sehr Spannendes passiert.